welcome welcome back to amnesia wir sind wieder zurück ich komme gerade aus dem zimmer da war ein monster gästezimmer ich wollte schlafen aber da hat sich das monster gedacht nö kannst mich am arsch lecken du kannst mich genauso am arsch lecken gut weiter geht's also in den beiden zimmern war ich da oben jetzt gibt es hier weiter da und oh mein gott darunter lagerraum er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien der medizinschraub war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem boden er griff durch die zerbrochene glaste und griff nach allen beruhigungsmitteln die er finden konnte okay ok let's go let's go hallo ist jemand da liebes monster hallo 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 liebes monster was zunderboxen nicht nur mit na nix oh mein gott was so soll ich heute lieber mal aus ich brauche das licht hallo hallo jemand da kann ich meine sachen machen dankeschön dankeschön äh oh gott scheiße ich sehe nichts so ist besser zunderboxe zunderboxe ist irgendwas es ist viel zu still es ist viel zu still es ist viel zu still ja oh was hallo 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 zunderboxen k Hallo? Jemand da? Holy shit! Allo? Oh mein Gott! Liebes Monster! Ich muss meine Sachen einsammeln. Darf ich? Holy shit! It's too tight! Hello? Ich muss meine Sachen einsammeln. ok gegenstände kombinieren teil eines bohrers laudanum ok strömungskreislauf ja 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 aber jetzt erst mal nicht erst mal nicht erst mal geht es weiter irgendwo ist er wo bist du wo zum teufel bist du du meinst ich habe angst vor dir du kannst mich am a gluck nicken was wenn sie das zugerostet okay was ach so okay ich muss alle teile finden sehr schön danke spiel dafür du machst mir keine angst hast du verstanden okay 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 Hallo? Ich höre Stimmen. Hallo? Hallo? Oh, Gott. Oh, mein Gott. Was? Was? Ah, okay. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich... Ah, okay. Ja. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir den Tischlabore. Was geschieht hier? Bitte was? Bitte was? Ah. Ah. Ah, explosive Mischung. Okay. Alles klar? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir noch hier weiter. Ah, ne, geht nicht. Na doch, warte mal. Was? Hallo? Geh weg! Explosive Mischung. Okay. Bin gespannt, was man dann damit machen kann. Weiter geht's. Ich glaube, ich muss wieder hoch. Kann es sein? Liebes Monster? Ich hab dich so lieb. Wer... Werden wir Freunde? Liebes Monster? Wo ist der? Wo bist du? Okay. Er war nicht da. Zum Glück. Er war nicht da. Er ist nicht hier. 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 Ja, danke! Oh mein Gott! Wie geht's? Hallo! Da war ich schon. Okay. Gut. Da scheint nix zu sein. Maschinenraum! Abgeschlossen. Mit einer Nadel öffnen. Was? Scheiße! Ich geh's mal da hoch. Vielleicht geht's irgendwie weiter. Oh nein! Nein! Du willst mich verraschen! Ich bin nochmal zurückgegangen. Ich muss da rein. Ich bin nochmal zurückgegangen. Ich muss da rein. Ich bin nochmal zurückgegangen. Oh mein Gott! Was? Hallo? Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin nochmal zurückgegangen. Ich bin nochmal zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Es lässt sich nicht bewegen! Hallo? Ehhhhh, ist jemand da? Okay. Explosion, bist du mir halt? Wuh! Wuh! Hallo? Hallöchen! Oh mein Gott! Guten Tag! 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 Guten Tag!